Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planet Z2. Ja, an für sich das hat hier schon die zweite Aufnahme für heute. Es herrscht Alarm, Operation Grünsehen heißt es, auf Ammerich. Aktion, an für sich wollte ich nicht nach Ammerich und war auf Esamir unterwegs. Aber das war sowas von stinkelangweilig, die ganze Aufnahme in die Tonne gekloppt, weil da einfach nichts passiert ist. Und hier ist auf jeden Fall was los, hier sind wir aber haushoch unterlegen. Aber egal, hier sollte trotzdem Action sein. So, jetzt schauen wir mal. Zeig mir mal was hier. Da, da ist doch einer. Da drin? Ich da mal reinhabe? Nein, da. Ich hab's da nicht, da war gerade einer. Das war doch rot. Jetzt wird er gerade gedreht. Nee, das ist nix für mich. Die Papis jüngsten. Hauen wir direkt wieder ab. Zack. Ich geh mal grad da gucken. Komm ja hin und her. Orgel. Da ist auch schon voll Kohle betrieben. Ich vermisse, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder was. Aber irgendwie. Das da ist doch. Feindlicher Sunderbar. Einetrieg. Zeig kein Mensch mehr, die. X. X. Hey, lasst mich in Ruhe. Ich bin's doch. Ich bin doch euer Freund. Bestimmt. Vielleicht auch nicht. Ich ram, ich ram, ich warte, ich warte. Aber mal landen. Verschämt sein. Oder? Das Ding wird klein geballert. Hier wird alles zerhackt. Jetzt können wir hier drauf landen. Mal gucken, was ausfüllen wir. Nein. Daneben. Halt mein Flieger. Nein. Scheiße. Oh Mann, oh Mann. Ja. Sehr gut. Gute Aktion. Was? Ich werde strafen. Mach ich das Ding. Kann man das nicht mehr kaputt machen. Dann musst du kaputt gehen. Ja. Geht auch. Feuer. Und? Kommt keiner. Brenne, du scheiß Ding. Boah, was man da reinpumpen muss. Also, geht doch. Ja, ich seh'n. Achtung, schwere Gegnerische Einheit. Er steht in seiner Hütte. Ich dachte, ich muss mal reparieren, Kollege. E. Ja, siehst du, ich wollte mich eben beschweren. Kein Mensch drückt mehr Kuh und zeigt die Leute an. Ihr zäugtet hier überall. Man muss sich nur beschweren, dann klappt das Ganze schon. Hier. Hast du Munition. Danke. Das ist doch vorhin, war ich ein Team drin, hat keine Sauert gemacht. Ich geb ihm Munition. Von hinten komm an, gerade heilt mich. So muss das sein. Ja, nur die Gekäpperei muss natürlich nicht sein. Ja, die schießen da durch das Ding durch. Ne, ne. Das muss nichts sein. Hier, Lampe eingebaut im Boden. Hier kommt wer. Attacke. Ich kann mich reparieren, die Leute. Auch was. Uh, gefährlich, gefährlich. Ah, das ist schon extrem. Uh, okay, ich muss noch ein Stück hier rüber. Ich habe vorhin hier. Da, du hast noch ein paar Tour. Auch gut. Alles. Oh, hier ist ja ein Betrieb. Ohne Hände. Die sind am qualmen wie sonst noch. Wartet. Ist das repariert? Der hier ist schon repariert. Okay, ich verstecke mich hier ein bisschen im Wisch. Hecky, hecky. Lass mal gucken. Zwei Minuten noch irgendwas. Nein, jetzt geht ja wenigstens was. Na, da rein. Hatscht man nicht. Da oben drauf. Kommt man da oben drauf. Mit irgendwas Fahrbarem. Hier kommt wer. Oh, der bleibt nicht lange. Ist bestimmt schon Muus. Da lauern sie alle für den einen Kerl, der da dran ist. Wo brauchst du denn Reparatur? Nein, ach, Gott sei Dank. Da kommt der Meister. Sooo. Sooo. Hey, nicht. Pop der Meister. Wir reparieren alles. Außer das hier ist natürlich ein bisschen blöde zu sprechen. Er ist tot. Der Objektum geht zur Außenposition. Ja, her. Naja, kriegst du ja. Den Vanos zu spüren bekommen. Genau. Ja, du musst schon hier rüberkommen. So einfach ist das auch nicht. Da haben wir Lust dahin zu retten. Und dann gleich das Ding reparieren. Ah, da stehen sie schon. Mehr Leuten. Jetzt sind wir mal gespannt, was wir hier für eine Karre kriegen. Mit Sicherheit keinen, äh... Hier ist das. Da bringen wir den Panzer. Kein McRider. Die Karre war aber ganz schön im Eimer, ne? Der schon die ganze Zeit am reparieren ist. Die Einrichtung gehört uns. Jawoll. Woher kriegt der denn Feuer? Irgendwo aus der Luft. Der hat schon wieder eingekriegt. Da muss einer mega hoch fliegen. Hey! Nimm mich mit! Ich wollte euch ja reparieren, aber wenn du nicht willst. Einsteigen! Na, wohin fahren wir denn? Warum fahren wir denn da lang? Wozu? Da müssen wir doch hin. Ach, er biegt dann da ab. Ja, du! Mach doch hin! Na nice range. Laf rich. Schön. Alles zieht weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass sie überhaupt noch mal, äh... richtig was los ist, weil wie ich das erste mal hier reingeguckt habe, war wirklich komplett die ganze Map hier bis auf 2-3 Gebiete, aber so langsam bewegen wir uns ja doch dieses Teilstück zurückerobern Ja, Feuer! Mit dem ist weg, sehr gut Da ist der Nächste Eine Wackelei! Wer fährt denn da? Bumm Zack Haben sie weggebrätselt Weiter geht's Bumm 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 100 guckst Da Bumm Bumm Ich stehe nicht besonders gut hier, mitten auf dem Hügel. So, Attacke. Warum laufe ich eigentlich? Au, au, au. Ja, okay, ich laufe sowieso nicht mehr. Gerade fängt auf die Panzer zu laufen. Als schwere Einheit, wollte ich sagen, hätte ich doch besser losgegangen. Das kann ich ja jetzt tun. Von dem Hügel aus oder von hier? Hm, ich bin lieber hier. Hep. Dann kann ich ja immer noch über den Hügel latschen. Wo sind die alle? Oh. Leider sind wir echt jetzt schon wieder zu viel. Denn da sind schon wieder fast in ihr Camper ausartet. Na, Boden, klar. Da ist das. Oh, verschleckt. Ich weiß, ich hab's jetzt fast gehabt. Ja, ich hab's jetzt schon wieder zu viel, muss ich sagen, oder? Leider sind wir ja drin. Ich komm nicht mehr raus. Spät. Spät. Ja, ich schieße die Stippe hin. Vielen Dank, Leute. Ich denke, der Max. Ja, ich denke mal, das war es hier auch schon. Die Minute können wir aber noch abwarten, würde ich sagen. Da ist die Sau. Die haben kaum die Nase oben drüber rausgestreckt. Die halten nur grobe in die Richtung. 3 Sekunden Ja So Schluck